Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bibliotheks-Haul im Januar. Ich habe mir wieder drei Bücher in der Bibliothek ausgeliehen, die ich euch wie immer gerne zeigen möchte. Und wir fangen auch gleich mit dem ersten Buch an. Das habe ich schon gelesen und ich bin sehr, sehr begeistert und werde, nachdem ich das Video hier abgedreht habe, gleich die Rezension dazu drehen. Und zwar geht es um dieses Buch hier von Kai Meier, Akkadien Erwacht aus dem Carlson Verlag. Hat mal gekostet 19,90 Euro, aber wenn ich das auf der Verlagseite richtig gelesen habe, kostet es jetzt sogar nur noch 9,90 Euro. Ist eine relativ bekannte Fantasy-Trilogie. Gibt auch viele Fans, glaube ich, soweit ich das hier auch auf YouTube und an anderen Orten mitbekommen habe. Wer trotzdem nicht weiß, um was es geht, schon bei ihrer Ankunft auf Sizirien fühlt sich Rosa wie in einem alten Film. Der Chauffeur, der ihre Reisebekanntschaft Alessandro am Flughafen erwartet, der heruntergekommene Palazzo ihrer Tante und dann die Gerüchte um zwei Mafia-Clans, die seit Generationen erbittert gegeneinander kämpfen. Die Alcantaras und die Carnevares. Rosas und Alessandros Familien. Trotzdem trifft sich Rosa weiterhin mit Alessandro. Seine kühle Anmut, seine animalische Eleganz faszinieren und verunsichern sie gleichermaßen. Doch in Alessandro ruht ein unheimliches Erbe, das nicht menschlich ist. Ich werde jetzt nicht so viel zu dem Buch sagen, weil wie gesagt, ich drehe dazu jetzt gleich sofort die Rezension. Dann könnt ihr euch, wenn die online kommt, die einfach anschauen, wenn euch das Buch ein bisschen näher interessiert. Dann habe ich mir ausgeliehen, also ich wollte es schon eine ganze Weile haben und es war immer entliehen. Und diesmal habe ich, ohne danach zu suchen, habe ich es durch Zufall gesehen. Ich habe den ersten Teil davon schon gelesen. Damals war ich aber auch noch nicht auf YouTube, deswegen habe ich dazu keine Rezension gemacht. Sollte euch das interessieren, kann ich ja nochmal nachträglich zu dem ersten Teil eine Rezension machen. Schreibt mir das einfach mal in den Kommentaren, falls es jemand von euch interessiert. Ausgeliehen habe ich mir aber von Ben Aronovich, Schwarzer Mond über Soho. Der erste Teil hieß Die Flüsse von London. Hat mir damals gut gefallen. Also hat mich jetzt nicht so geflasht wie jetzt zum Beispiel Arkadien. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist mal was anderes, was lustig ist. Und deswegen freue ich mich auch auf den Teil hier. Constable Peter Grant ist ein ganz normaler Londoner Bobby. Die Abteilung, in der er arbeitet, ist allerdings alles andere als normal. Ihr Spezialgebiet ist die Magie. Eines Abends wird Peter zu der Leiche eines Jazzmusikers gerufen und findet heraus, dass in den Jazzclubs in Soho im Herzen Londons verdächtig viele Musiker eines unerwarteten Todes sterben. Hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Oder wie soll man es sonst nennen, wenn eine Leiche unüberhörbar und mit viel Swing Body and Soul spielt. Ist aus dem DTV Verlag und hat gekostet 9,95 Euro. Lass mich mal schnell schauen. Hat 412 Seiten. Und das dritte Buch, das ich mir ausgeliehen habe. Und zwar habe ich bei Vorablesen dazu den Leseeindruck gemacht. Habe den auch für euch online gestellt, ja. Und habe dann aber leider das Rezensionsexemplar nicht gewonnen. Hatte das Buch dann auch schon so ein bisschen vergessen. Also ich habe es mir dann nicht, als es erschienen ist, gekauft. Und jetzt habe ich es halt durch Zufall in der Bibliothek gesehen. Bin auch sehr froh darüber. Habe es sofort eingesteckt. Und zwar geht es um das Buch Lucy Clark, die Landkarte der Liebe. Aus dem Piper Verlag und hat gekostet 9,99 Euro. Wen es interessiert, ich kann ja mal den Leseeindruck, den ich dazu gemacht habe, unten in die Infobox setzen. Der hat mir ja sehr gut gefallen gehabt. Ich war auch gespannt, wie es weitergeht. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Buch. Für alle, die auch hier nicht wissen, um was es geht. Also da freue ich mich auch schon sehr. Ich muss sagen, dass mir die Formate von den beiden Büchern super, super gut gefällt. Das ist so, das passt in jede Handtasche. Ist halt super für unterwegs mal zu mitnehmen, wenn man zum Arzt fährt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Also ich mag solche Formate sehr viel lieber als diese klobigen Hardcover, die dann auch von der Größe her um einiges unpraktischer sind. Also vom Format bevorzuge ich solche. Weiß nicht, das gefällt mir einfach sehr viel besser als diese schweren Hardcover, wenn man es jetzt zum Mitnehmen haben möchte. Und dann haben mein Freund und ich uns noch was besorgt. Und zwar kennen sicherlich viele von euch das Buch, Er ist wieder da. Ich hatte es zuerst entdeckt und habe ihm dann davon erzählt. Und da stand dann eben die Frage im Raum, ob wir uns das Buch denn für 19,33 Euro kaufen. Aber weil es uns beide interessiert, haben wir gesagt, wir besorgen es uns einfach als Hörbuch und hören das zusammen. Wir haben noch nicht damit angefangen. Ich hoffe, wir finden vielleicht heute mal die Zeit dazu, weil ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde euch dann dazu auch ein Video auf jeden Fall drehen. Ich habe eigentlich keine Erwartungen an das Buch, weil ich einfach noch nicht einschätzen kann, in welche Richtung das läuft. Aber ich bin sehr gespannt und werde euch dann auch wissen lassen, wie denn er ist, wie der da so ist. Ja, ich hoffe, mein Bibliotheks-Haul hat euch wieder gefallen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.